Wir sind mal wieder back am Start und heute spielen wir ein bisschen 1 gegen 1 Modus gegen beliebige Spieler und ich werde meistens nur mit Pistole spielen, wegen die Herausforderung Pistolero und einfach weil ich es kann. Wir spielen jetzt das Spiel im Atrium. Warum sind es zwei? Achso, achso, ja. Wir sind in Führung. Ja, das war, das war, das war gerade hier. So, bam, bam, bam. Ach, zu spät gecheckt. Was? Ich war doch drauf. Mensch. Ach, warum lade ich jetzt wieder nach? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich keinen Aim. Alter. Was? Gut, da muss ich mal harte Schütze auffahren. Ich kann euch sagen, dass wir den jetzt nicht munten, dass ich jetzt mit Maschinengewehr stehe. ah- Alles klar. Ja, ich guck mach mallic. Dass ich mich modelingった. Die Lieblings Couple. ich habe es geschafft, kämpf weiter! ich glaube der ist der Spawn, oder? Ah, ja schade, diese Runde macht Bock, die Bombs. Arsch auf! Mann, ich habe gerade gar nicht mehr drauf geachtet, ich habe nur ein Wild rum müssen geschlagen! Ey komm, aber Ehrenmann, aber Ehrenmann, 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 komm, komm! Darauf habe ich schon den ganzen Tag gewartet! Wir sind in Führung! Ah, schade! Ah, ich küsse deine Nüsse, Mann! Ah, das war auch gerade dumm von mir gespielt! Sorry! So! Ah, ja. Ouch. Bum. Schade, ich will den... Ey! Unehrenlos... Äh, unehrenlos, was? Was glaub ich denn für eine Kacke, Mann? Kommt auf einmal mit Maschinengewehr... Boah, ich hab's nicht mehr gesehen... Ey, ich lass mich... Ich lass auf mir keinen... Gleichstand sitzen, ne? Ne? Keiner knickt... So! Arschloch! Eine meiner Maps, die ich nicht gut kann... ...menn ich zugeben... Aber... Es wird jetzt mal Zeit, dass ich's lerne, ne? Oh Gott! Dann in die Raum... Oh, bah... So! Das ist mal los, ne? Oh, nee! Sag, ne... Och Gott... Och Gott... Ha! Gerechtigkeit! Ja, was hab ich da grad für'n Aim? Gott! Gott im Himmel! Oh, der war direkt auf sein Haupt! Das war direkt auf sein Haupt! Hä? Hä? So! Jetzt ist alles verziehen! Jetzt kommt der mit 100 Pistole, ey! So! Sorry, wenn ich nicht viel rede, aber... Jetzt noch ein bisschen... Konzentrieren! Denn... Dieser Typ ist scheiße! ... ... Achtsa, da ist er ja... ... suddenly... Wir haben die Führung. Oh, was? Ich hab doch noch geschossen. Ah! Oh, Arschkopf. Keksdose. Trümmer. Alter. Oh, Gott. Aber die... Aber wenigstens einen Ehrenmann, dass er mit... ...Pistole spielt. Oh Gott, mein Aim. Hilfe. Rest in Peace, Bruder. Mein Aim kann sich beerdigen gehen, Mann. Das war verdient. Komm. Scheiße, echt, Mann. Okay, das war grad. Mein Baba Aim. So. Team Deathmatch. Der Feind nähert sich. Laden und entsichern. Wir haben die Kontrolle. Grab voller Schrappen, Alter. So. Alter, was hab ich grad von Aim? Nein! Was ist das eigentlich, wenn... ...an eine Granate einkämpft ist, aber in dem Moment... ...Stim auf sich raufpacken... ...belieb man da... Äh... Ich bin da nicht, ich bin da nicht, du Arscher. Boah, das tut weh. Das tut weh. Das tut weh. Das tut weh grad zu verkacken. ... 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 spielten der okay auch die das ist okay das okay bro okay to be gay but not okay to be shame was für ein wichser fern schwör irgendwas hingelegt man nicht cool dicker das war's für dich schon nicht schlechter specht das war's für dich ach komm jetzt kommt seine sniper skills oh god wirst du bist egal komm 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 ja ich gewinne ich spiel vollassi ja ich gewinne ich spiel vollassi ich spiel schon richtig da ist auch noch gelieft das das hat der für eine waffe man das spiel einfach nur komplett wild irgendwo rum guck guck ach was oh sickeram to peach man was mach ich denn man kann nicht was ist mit mir los digger mein nase juckt ach ich bleib einfach stehen ok wenn man ein broß jetzt bleib es einfach was liebe sind ellos mich Alter. Gerettet. Arsch. Hab dich, Wichser! Vorsicht! Eins, zwei, drei. Ja, okay, so geht's auch. Und leg dich in mich! Ja, komm. Ich fühle dich halt toll mit deinen Waffendingen. So. Ich schwöre, ich mach dich fertig. Komm her! Wo ist der denn? Was macht mein Lächel da? Ich hab nochmal gedacht, ah, ich geh mal hoch und zwar laut hier. Ach komm, Pussy. Oh, Pussy, Mann! Ey, das ist voll assi, ich kann ihn nicht sehen. Aufm Radar. Nicht cool, Mann. Ey, das ist doch Rostvorteil, Mann. Ich hab mal angesprochen. Das war mein Aim. Ich sitze mir gleich auf. Ich hab Bock darauf. So. Ey. Ey. Alter, wie assi der spielt. Ja. Weniger als eine Minute. Lasst weiter, Leute! Lasst vorbei! Oh fuck, ich wollte grad noch so schießen. Der Typ fackt grad. So, das bricht halt ab. Ey, Digga, was ist da grad los, Mann? 30 Sekunden! Gleich, grad ist es gleich auf, Alter. Bewegung! Ja. Darauf hab ich schon den ganzen Tag gewartet. Das war ein Tick, Kumpel! Und noch mal! Alter, das ist so komplett outgeplayt, Alter. Gönnt euch das. Gönnt euch das. Aber, was soll's, ne? Team Deathmatch! Da kommen sie! Angriff! Seht man den wenigstens dann auf der Karte? Ja, wenigstens das. Ja! Ich werd auch noch lange rum. Ich hab's euch gesagt. Ich habe es euch gesagt. Ah, Leute. Ich hab irgendwie keinen Bock mehr. Ja. Ey, das ist doch grad verarsche, oder? Ey, das ist doch grad voll die verarsche! Digga! Ja! Ja! Saar! Arschloch! Saar! Was? Ein 31? Jetzt kommt er mit Maschinenpistole, Alter! Hat wohl eingesehen, dass ich einfach zu gut bin. Boah, macht meiner die ganze Zeit nur Hitmarker! Alter! Schaut euch das an! Ich schieß ihn in die Fresse und das ist nur ein Hitmarker! Ey, das gibt's doch nicht! Alter! Schaut euch das an! Das tut so wehenden Augen! Alles im Leben kommt einmal zurück! Ach Gott! Was? Und... Ey, das ist doch grad unnormal, oder? Ich will jetzt nicht die letzte Runde verlieren! Hallo! Könnt mich mal Und dann kommt sowas Ey, das ist 100% unverdient Ey, das ist grad so unverdient Ja, okay Mensch, Mr. Paupré, alter Ey Ich spiel nicht so, alter Jetzt spiel ich auch die ganze Zeit so, alter Leckt mich Hier haben wir das Kommando Noch eine Minute Die Zeit ist auf unserer Seite Holt euch den Sieg Oh Gott Ey, ich hab grad voll auf die Minimap geachtet Sorry, Leute 30 Sekunden Die Zeit läuft ab Bewegung Nein Ach, ich fühl immer noch Du musst herkommen, nicht ich Du musst herkommen Komm Gewonnen Jo, Leute Das war's mit dem Video Ich hoffe, es hat euch gefallen Ähm Schreibt doch mal in den Kommis Wie ihr die Kills fandet Wie ihr mein Aim fandet Wie ihr das ganze Video fandet Ähm Wir sehen uns im nächsten Video Haut rein Und ciao Leute Da-da-da-da-da